Schulen der Potenzialverhinderung. Wie Schulen die Potenzialentfaltung unserer Kinder systematisch verhindern. Fast alle öffentlichen Schulen im deutschsprachigen Raum stammen noch aus dem Denken des letzten und vorletzten Jahrhunderts. Und da ich hoffe, dass sich dies zum Wohle unserer Kinder möglichst bald ändern wird, zeige ich dir in diesem ersten Video die Merkmale dieses veralteten Denkens und wie sich dieses Denken meines Erachtens zum Leid unserer Kinder in unseren Schulen verfestigt hat. Im zweiten Video zeige ich dir dann aber auch, wie das Denken für das 21. Jahrhundert nach meinem Geschmack aussehen könnte und welche Schulen sich hoffentlich daraus entwickeln werden. Und die frohe Botschaft, es gibt diese Schulen schon, leider noch sehr selten und fast nie im staatlichen Rahmen. Auch wenn dies zumindest ansatzweise im staatlichen Rahmen möglich wäre. Unsere heutigen Schulen sind vor allem aus drei Denktraditionen heraus entstanden. Erstens die Belehrungskultur der Kirche. Zweitens das Motto Gleichschritt Marsch aus dem Militär bzw. der Industrialisierung. Und drittens die Vorstellung, dass es intelligentere und dümmere Menschen gibt aus der Theorie der Intelligenz. Die Belehrungskultur besagt, wir wissen, was wichtig und richtig ist. Die Lösung steht im Lehrerhandbuch auf Seite 218. Fehler sind nicht erwünscht, sie werden zumindest rot angestrichen und man bekommt eine schlechte Note. Das Motto Gleichschritt Marsch finden wir in der Schule in den sieben Gs, welche lauten, alle gleichaltrigen Schüler haben zum gleichen Zeitpunkt beim gleichen Lehrer im gleichen Raum mit den gleichen Mitteln das gleiche Ziel gut zu erreichen. Und von der Theorie der Intelligenz haben wir die Vorstellung, dass Intelligenz ein Persönlichkeitsmerkmal bestimmter spezifischer Fähigkeiten ist. Und das führt dazu, dass es wichtigere und weniger wichtige Fähigkeiten, Fächer, Berufe und schlussendlich Menschen gibt. Und deshalb sind unsere heutigen Schulen primär Selektionsorganisationen und wir leben in einer Klassengesellschaft. Ich bezeichne unsere Schulen deshalb als Selektionsfabriken. In ihnen lautet das Motto, für eine faire Selektion müssen alle denselben Test machen, bitte klettert auf diesen Baum. Und so testen wir unsere Kinder von klein auf in einer sehr begrenzten Auswahl an Fähigkeiten und Fächern. Wir tun so, als ob diese begrenzte Auswahl an Fähigkeiten und Fächer wichtiger wäre als andere und bewerten und vergleichen unsere Kinder permanent gegeneinander. Wir machen sehr viele Formen an Wettbewerben und Selektionen. Dies produziert dann einige glückliche Gewinner. Die gelten dann als Leistungsträger, dürfen sich intelligent nennen und werden oft auch etwas überheblich. Und wir produzieren viele unglückliche Verlierer. Diese gelten dann als Minderleister, werden also eher dümmlich betrachtet und entwickeln oft einen schlechten Selbstwert. Eine erste prägende Selektion machen wir in A- und B-Schüler, danach in Gymnasiasten und Berufsschüler, danach heissen sie Akademiker oder Handwerker. Dieses Denken führt dann zu solch berufsverachtenden Listen von Berufen nach IQ-Werten rangiert, wie diese hier unter Behauptung, dass diese Liste Berufserfolg darstellt. Und dieses Denken verfestigt dann unsere Klassengesellschaft, welche diese Schulen überhaupt hervorgebracht haben. In der Praxis sieht dieses Denken an unseren Schulen dann konkret so aus. Fast überall auf der Welt wird in Jahrgangsklassen unterrichtet und im 45-Minuten-Tag. Obwohl Kinder beim Schuleintritt Entwicklungsunterschiede von bis zu vier Jahren haben und beim Schulaustritt sogar von bis zu sechs Jahren, sortieren wir unsere Kinder wie in einer Fabrik nach dem Produktionsdatum. Dies sorgt für einen starken Konkurrenzkampf unter den Kindern, da ja alle vermeintlich gleich weit sein sollten. Es sorgt auch für eine grosse Abhängigkeit zwischen ihnen, dass sie die ganze Zeit mit denselben anderen Kindern im gleichen Raum sein müssen und falls sie in dieser sehr begrenzten Freundesauswahl den Anschluss nicht gut finden, sie über Jahre die Aussenseiter sind. Und es schafft zusätzlich eine grosse Abhängigkeit zu einer bestimmten Lehrperson. Ich bin selbst Lehrperson und ich weiss, was für eine anspruchsvolle Arbeit meine Berufskollegen machen. Ich weiss aber auch, dass ich es nicht mit jedem Kind gleich gut kann und wir dieses System öffnen müssen und nicht einem Erwachsenen so viel Macht über unsere Kinder zukommen lassen dürfen. Zum Schutz unserer Kinder, aber auch zum Schutz unserer Lehrpersonen. Der 45-Minuten-Takt vermittelt, dass es nichts Wichtigeres als die Pausenglocke gibt. Wenn diese erklingt, muss alles fallen und liegen gelassen werden und man hat fünf bis zehn Minuten Zeit, um das Thema zu wechseln. Es sorgt zusätzlich für eine Zusammenhangslosigkeit und für eine Verwirrung unserer Kinder. Praktisch nichts hängt miteinander in Verbindung. Zuerst muss ich während 45 Minuten einen Aufsatz schreiben, danach muss ich 45 Minuten im Matheheft Additionen lösen, dann sitze ich 45 Minuten an den PC, gefolgt von 45 Minuten Englischwörter lernen, gefolgt von 45 Minuten Natur, Mensch, Gesellschaft, dann muss ich noch 45 Minuten singen und am Schluss muss ich noch 45 Minuten Italienisch lernen. Wie soll da Begeisterung aufkommen, wo wir doch wissen, dass Begeisterung und Sinnhaftigkeit für sinnvolles Lernen essentiell ist. Sehr viele Lerninhalte, welche wir unsere Kinder lernen lassen, interessieren diese überhaupt nicht und können auch getrost wieder vergessen werden, denn wie wohl die meisten von uns mittlerweile erkannt haben, brauchen wir diese später nicht oder könnten es ganz einfach nachlesen, wenn man es tatsächlich einmal wissen möchte. Aber unsere Kinder lernen nicht nur viel unnötige Lerninhalte, die Schule verlernt unsere Kinder auch ganz viel Wichtiges. Sie verlernt unsere Kinder etwas vom Wichtigsten überhaupt, eigenständiges, kreativ-kritisches Denken, denn dieses ist praktisch nie gefragt. Und wir geben ihnen zusätzlich praktisch nie die Zeit, sich die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich, Welche Interessen habe ich? Fast pausenlos müssen unsere Kinder in diesem Wettrennen auf die Uni-Zulassung hin, das nächste fremdbestimmte Aufgabenblatt, den nächsten fremdbestimmten Auftrag und so weiter ausführen. Für Selbsterkenntnis, Kreativität, Beziehungsarbeit oder kritisches Denken ist da sehr wenig Platz vorhanden. Und weil wir das Gefühl haben, dass es so unglaublich viel Stoff zum Lernen gibt und dies anscheinend so unglaublich viel Zeit benötigt, beschlagnahmen wir unseren Kindern auch noch ihre Frei-, Spiel- und Familienzeit, indem wir ihnen Hausaufgaben nach Hause geben. Wer von uns hätte Freude, wenn unser Arbeitgeber uns auch noch die Freizeit verplant? Wohl niemand. Aber unsere Kinder können sich noch nicht selbst wehren. Und da die Eltern nichts anderes kennen, machen sie mit, ja fordern es teilweise sogar. Und im Hintergrund wissen alle, dass es auf eine Selektion hinausläuft und gewisse Berufe und Abschlüsse in unserer Klassengesellschaft als besser betrachtet werden und man einen solchen Beruf erlernen sollte. Auch wenn man vielleicht viel lieber etwas anderes machen würde. Und so kommt es, dass dann ganz viele Menschen nicht glücklich in ihren Berufen werden. Einige, weil sie einen Beruf gewählt haben, der zwar soziales Ansehen bietet, aber nicht mit ihren Bedürfnissen übereinstimmt. Und andere, weil sie in Berufen sind, die wenig soziales Ansehen geniessen, obwohl sie genauso wichtig für das Funktionieren unserer Gemeinschaft sind und dann oft auch noch schlecht bezahlt werden, weil es dazu anscheinend nicht so viel von dieser vermeintlichen Intelligenz braucht. Und in dieses System zwängen wir unsere Kinder während circa neun Jahren, während deren Findungs- und Entfaltungszeit. Meiner Meinung nach haben die drei Denktraditionen des letzten Jahrhunderts einen Denkhorizont, was die menschliche Norm ist, was Talente sind, was Intelligenz ist und was Leistung ist, in Etat von der Grösse dieses roten Punktes. Und weil dieser Denkhorizont so klein ist, haben sich Strukturen etabliert, welche dieses Denken stützen. Nur einige Menschen passen in diese begrenzten Vorstellungen und Strukturen und so gelten dann ganz viele Menschen als nicht der Norm entsprechend. In der Fabrik würde man Ausschuss sagen, in der Schule heissen sie dann Sonderschüler oder ADHSler oder Träumer. Viele gelten dann als untalentiert oder sogar als dumm. Und diese Kinder gelten dann als Minderleister. In unserer Schule sind dies dann die B-Schüler, später die Berufsschüler oder so verrückt es auch klingen mag, in einigen Büchern und bei einigen Menschen taucht sogar das Wort Handwerker auf. Und weil wir Menschen die wunderschöne Eigenschaft haben, fast nichts lieber zu machen, als einander helfen zu wollen, fragen sich nun viele liebe Menschen in diesem System, wie sie unseren Kindern helfen könnten, damit auch sie in diesen begrenzten Denkhorizont hineinpassen. Und wir machen ganz viele Abklärungen, um zu schauen, was mit unseren Kindern falsch ist und wie wir ihnen helfen können, dass sie richtig werden. Wir gehen sogar so weit, dass wir unsere Kinder medikamentös ruhig stellen, damit sie es schaffen, während etwa neun Jahren, fünf Tage pro Woche ruhig im 45-Minuten-Takt auf einem Stuhl zu sitzen und fremdbestimmte Arbeitsblätter zu bearbeiten, die sie oft nicht interessieren und sich permanent einer Beurteilung unterziehen lassen zu müssen. Ist es wirklich nicht offensichtlich, dass dieses System nicht sinnvoll beziehungsweise nicht kindstgerecht ist und deshalb in den meisten Fällen nicht unsere Kinder, sondern unsere Haltung und unsere Strukturen krank sind? Leider scheinen dies viele Erwachsene und Schulverantwortliche nicht so zu sehen und bezeichnen dann oft unsere Kinder als krank und versuchen sie zu therapieren, obwohl sie eigentlich kerngesund wären. Wenn wir sie nur in Ruhe spielen, also lernen lassen würden. Und ich stimme Gerald Hüther zu, der sagt, wahrscheinlich lernen alle Kinder alles, wenn man sie entlang des Leuchtens in ihren Augen begleitet. Aber leider tun dies unsere Schulen meines Erachtens sehr selten. Ja, und so machen wir Schule seit über 100 Jahren und mir tut dies einfach richtig weh und ich stimme Marget Raspel zu, wenn sie fordert, lasst uns beginnen, das Gelingen zu organisieren und nicht länger das Misslingen zu dokumentieren. Und wie wir das Gelingen organisieren könnten, zeige ich dir im hier verlinkten zweiten Teil. Es würde mich freuen, wenn du ihn dir anschaust. Und wenn du dieses Video nützlich gefunden hast, freue ich mich über ein Like oder wenn du meinen Kanal abonnierst, damit ich mit diesen Gedanken mehr Menschen erreiche. Und falls du einige meiner Gedanken kritisch siehst, freue ich mich darauf, deine Ansicht in den Kommentaren zu lesen, damit ich sie überdenken kann. Danke.